Eins, zwei, drei, drei. Und damit erklären wir das 40. das Souvenierungsstadtfest 2015 des Lebens Oldenburger Kupfer. Ich war natürlich schon ganz viele Male auf dem Oldenburger Stadtfest, aber eröffnet habe ich es noch nie. Das war nochmal eine ganz neue Perspektive und ich bin froh, dass das ganz gut geklappt hat, auch mit dem Freibieranstich. Das Oldenburger Stadtfest gehört für mich zum Jahreskalender eigentlich dazu, genau wie der Kramermarkt oder Lamberti-Markt. Und es ist einfach ein Fest, wo man hin muss, wo man viele Leute trifft und gute Musik hören kann, auch ein bisschen Bier trinken kann. Und es ist für mich ein Muster, mindestens einen Abend im Jahr dann da auch hinzugehen. Das Besondere am Oldenburger Stadtfest ist das wunderschöne Wetter. Jedes Jahr aufs Neue. Das Oldenburger Stadtfest ist auch bei Regen super und ich komme aus Friesolte, da scheint jetzt die Sonne. Man kann einfach gemütlich feiern. Man kann einfach Musik hören, ein bisschen entspannen, ein paar nette Bands anschauen. Was ich hier am Schlossplatz besonders schön finde, sind diese ganzen kleinen Zelte mit den verschiedenen Gerichten. Das finde ich ganz schön, um die unterschiedlichen Restaurants hier mal kennenzulernen. Für die Stadt ist das natürlich auch wichtig, weil die Menschen kommen ja aus der ganzen Region und das wollen wir immer als Oldenburger, dass wir sagen, wenn die Menschen aus dem Oldenburger Land hier eine Party feiern wollen, dann sollen sie zu uns kommen. Das ist das, was wir sagen, wenn die Menschen aus dem Oldenburger Land hier eine Party feiern, dann sollen sie zu uns kommen.